Hallo und herzlich Willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, ich werde heute keine langen Reden schwingen, weil beim letzten Mal wurde dieses Portal geöffnet und da werden wir nun hineingehen. Kehrt zum Webstuhl der unbereisten Straße zurück. Ich kann ihn gar nicht sehen. Ja, machen wir. Achten wir drauf, ignorieren wir. Okay, wir haben auch unsichtbare Wände, wo wir gegenlaufen. Ich merke schon. Moment, da unten. Jetzt nervt mich mal eben nicht. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo ich hin muss. Alter. Hallo. Ach, jetzt ist es auf einmal im Portal hier. Ja, super. So konnte das eben noch nicht da sein. So. Können wir einfach so durchgehen? Oh, ja. Das Tor zum Webstuhl ist noch offen. Bei den Ahnen. Seht euch diesen Ort an. Ich erinnere mich an die Zeit, als die Mauern der Nekropole meine ganze Welt waren. Seid vorsichtig, Gadein. Mir ist es lieber, wenn euch kein Leid geschieht. Ich habe noch das Amulett, das ihr mir zur Sicherheit gab. Ich konnte mich nicht davon trennen. Das war so klar. Ich bin froh, dass ich helfen konnte und dass ihr es noch habt. Mehr, als ich sagen kann. Ich verstehe nur nicht, warum sie es nicht sagen können. Bin ich ganz ehrlich. Der Webstuhl der unbereisten Straße. Unwiederdringlich zerstört. Und doch imposant. Wir nutzen das Echonier, um zu sehen, ob es Erinnerungen gibt. Nun gut. Wenn ich Spiegelmor nicht wiederherstellen kann, erschaffe ich eine neue Ebene. Auf dem Aas von Apokrypha. Apokrypha. Entsandte. Wir müssen reden. Du redest doch die ganze Zeit. Immer wenn ich irgendwas anklicke, fängst du plötzlich an zu labern. Die Macht, die Itelia bei der Vernichtung des Webstuhls in sich aufnahm, verwandelte sie in jenes Ungeheuer, das Hermäus Mora vorhersah. Und nun plant sie, ihn herauszufordern und Apokrypha an sich zu reißen. Ich fürchte, wir können diese außer Kontrolle geratenen Schicksale womöglich nicht mehr ändern. Warum sagen immer alle, Dädra könnten sich nicht ändern? Sahen wir nicht, wie Itelia sich änderte? Veränderungen sind nichts Natürliches für Dädra Fürsten. Nicht so wie bei Sterblichen. Deshalb suchte der Wissende euch auf. Ihr habt recht, was die Veränderung anbelangt. Doch sie ergab sich durch unfassbare Macht und nicht durch bewusste Bemühungen. Doch was ist mit den Itelias, die ich auf den vielen Faden traf? Sie unterschieden sich voneinander. Vermutlich das Ergebnis dessen, wie die Ereignisse in den anderen Wirklichkeiten verlaufen sind. Dädra Fürsten haben keinerlei Erfahrung mit der ständigen Weiterentwicklung und Verwandlung Sterblicher. Sie sind ewig und ihnen fehlen Bezugspunkte für die Vergänglichen. War nicht Itelia ganz anders, als sie durch die Westauen wanderte? Sie war so machtlos wie eine Sterbliche. Sie war verwirrt und verwundbar. Das gebe ich zu. Allerdings ist das nicht dasselbe, wie sterblich zu sein. Nein, aber sie wandelte unter Sterblichen, erlebte Veränderungen an sich selbst und ihre Reflexionen. Können wir damit arbeiten? Ein faszinierender Gedanke. Sie sah andere Fassungen von sich. Gibt es einen Weg, sie irgendwie dazu zu bringen, sich selbst so zu sehen und ihre eigene Perspektive zu ändern? Wir müssen uns mit Skrut besprechen. Es wird unser ganzes gebündeltes Wissen brauchen, falls es eine solche Möglichkeit denn wirklich gibt. Dann sprechen wir also mit Skrut. Skrut erwartet uns in Beragons Stadthaus. Kehren wir sofort dorthin zurück. Ja. Waren die oben? Die waren oben, ne? Man kommt so oft wieder zurück und ich weiß gar nicht mehr, wohin ich jetzt laufen muss. Ich glaube, nee, Moment. Hier habe ich die Dinger hingelegt. Genau. Äh. Nee. Ich muss doch wieder nach unten. Hallo, Hilfe. Haus ist zu groß. Ach, sie stand neben mir. Sehr gut. Doch niemand scheint etwas bei sich zu führen, was uns hilft, die Wirklichkeit zu retten. Ich habe mein Bestes gegeben, um die Moral aufrecht zu erhalten, während ihr fort wart. Doch selbst meine ansonsten blendende Laune ist angegriffen. Mehr und mehr von diesen Realitätsrissen erscheinen. Uns läuft die Zeit davon. Habt ihr etwas Nützliches am Webstuhl erfahren? Itelia ist voller Wut und Macht. Sie plant Apokrypha zu erobern und es zu einer neuen Ebene zu machen. Noch ein Ansturm auf Apokrypha? Das große Auge hat sich noch nicht vom Letzten erholt. Wir wissen bereits, dass Itelia sich in jenes Ungeheuer verwandelt hatte, vor dem Hermaeus Mora uns warnte. Ich nehme nicht an, dass euch und Leramil irgendetwas eingefallen ist, wie man sie aufhalten kann, oder? Itelia hat sich bereits einmal verändert. Können wir sie nicht irgendwie dazu bringen, sich wieder zu verändern? Aber Itelia sah verschiedene Reflektionen von sich, als wir durch die vielen Pfade reisten, Scoot. Verschiedene Reflektionen? Ihr meint die Versionen von Itelia, die euch laut Leramil auf den vielen Pfaden begegnet sind? Sie sagte außerdem, dass Itelia bei eurer ersten Begegnung stärklich aussah. Verwirrt und schwach. Zumindest für daedrische Verhältnisse. Worüber denkt ihr nach, Scoot? Ihr habt recht. Itelia hat sich verändert und das Reflektieren könnte der Schlüssel sein. Ich las von einem Relikt, das von einem sterblichen Zaubermeister erschaffen wurde. Ein Spiegel, der die innersten Gedanken und Träume des Betrachters enthüllte. Leramil und ich müssen einige uralte Schriften zu Rate ziehen. Und was soll ich tun, während ihr das macht? Natürlich werden wir eine Verbindung zu Itelia brauchen. Ich entdeckte einen urtümlichen Splittertitanen in den Ruinen von Kaiont, als ich die Instabilitäten erkundete. Bergt ein Fragment dieses uralten Daedra. Wir können es nutzen, um das Relikt zu erschaffen. Was könnt ihr mir über den urtümlichen Splittertitanen erzählen? Er ist sehr alt. Uralt sogar. Eines der ersten Dinge, die die Fürstin der Pfade erschuf. Und er ist groß. Wie er in die Ruinen von Kaiont gelangte, kann ich nicht sagen. Doch er ist da und wir können ihn nutzen. Sofern ihr ihn besiegen und eine seiner Fragmente holen könnt. Ja, natürlich muss ich ihn dafür auch noch besiegen. War ja klar. Diese Ruinen liegen westlich von Skingrad. Vergeuden wir keine Zeit. Holen wir die Scherbe. In Ordnung. Wir treffen euch dort. Gehen wir jetzt alle? Ich dachte, ich gehe jetzt alleine und besiege den. Na gut. Okay. Dann, äh, da ist die Tür. Dann einmal los. So, wir sind so gut wie da, laut Karte. Und zwar ist das hier oben, ähm, in der Nähe vom Wegschrein Felder Gartburg. Da muss erst mal, genau, hier ist ein Weg rein. Da müssen wir mal schauen. Gibt es hier einen Eingang? Gibt es hier Gegner? Ja, Gegner, natürlich. Nur den... Ah, hier. War ich da nicht schon mal? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Hier sind so viele Ruinen und die sind alle gleich aus. Gut, sagt der Titan sei irgendwo in diesen Ruin. Ich begleite unsere Kameraden. Beragon, Vikagadain, bewacht den Eingang. Okay. Alles gut. Sorgt ihr mal dafür, dass der Weg frei bleibt. Alter, im Ernst. Was hab ich da jetzt getroffen? Da war keiner auch nur ansatzweise in meiner Nähe. Aber Hauptsache, ich krieg hier einen Fluch ab, wodurch ich gestunt werde. Der Boden zeigt nach rechts, also der Angriff. Und nach links krieg ich einen Stunt ab. Das ist... Solche Sachen finde ich immer wieder ganz toll. Ja. Ich hab grad keine Zeit zu spielen, Jungs. Ich hab Funke dabei, die ist gerne bereit zu spielen. Das ist eine Katze, die ist sehr erfreudig da so. Ich bin sehr erfreut darüber, wenn man mit ihr spielt. Ich meine, das wäre eins, wo wir schon mal drin gewesen sind. Ich weiß es grad nicht mehr. Wie gesagt, wir waren in so vielen Verliesen. Wobei das jetzt so viele Gegner waren. Ich hab keine Ahnung. So. Buffhut wollte ich schon die ganze Zeit nehmen. Genau. Funke? Funke ist da. Gut. Der wird doch sowieso jetzt gleich wieder nach drei Sekunden oder so einfrieren. Und man kann mir denn nichts machen. Oh, haben's noch Probleme? Ach nee. Welcher von denen ist jetzt der Richtige? Ich bin verwirrt. Äh, Moment, jetzt haben wir schon drei. Also, ich denke, dass der hier der Richtige sein müsste, weil der bekommt hier immer... Ich habe doch keine Ahnung! Ja, ich bin immer noch total verwirrt. Also, ich hatte den ja eigentlich anvisiert, dann ist der aber, glaube ich, gesprungen oder so und dann war dieses Anvisieren weg und seitdem bin ich total verwirrt, weil irgendwie immer einer nach dem anderen kam. Äh, was ist glücklich? Ich wachse euch vor einer Einmischung Sterbliche, doch ihr wolltet nicht hören. Ein Realitätsriss? Was für ein Glück! Dies soll das Ende der Schicksalserwählten sein. Meine Freundin, pußt auf! Natürlich muss er sich jetzt opfern. Nee, wir müssen unseren Freund wieder zurückbringen. Zu seiner Freundin. Also, zu seiner zukünftigen Freundin oder so. Ach. Die wollen jetzt einfach gehen oder was? Wie kann ich den jetzt wieder zurückbringen? Alter! Na gut, wir sehen uns im Stadthaus. Leramiel! Leramiel, ich habe extrem schlechte Nachrichten. Wo bist du? Jetzt ist die wieder oben, oder was? Leramiel? Es muss klappen, Skrut. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ah, hier kommt... Entsandte? Wo ist Gadein? Ich sehe, ihr und unsere Verbündeten seid sicher mit einem Fragment des Spiegelmord-Titanen zurückgekehrt. Doch wo ist Vicar Gadein? Torfesad schob den Realitätsriss irgendwie auf mich zu, aber Gadein rettete mich. Er stürzte in den Riss. Nein. Das kann nicht sein. Er hatte mein Amulett. Und ihr wart dort. Und Beragon. Und Tribunen Alea. Das kann doch nicht stimmen. Gadein. Er kann nicht fort sein. Das ist jetzt eine Entscheidungssache, ne? Weil das rot ist. Ich hasse sowas. Also, ja, er ist fort. Ja, aber er ist ja in diesem Riss drin. Also, theoretisch kann er noch leben. Ich verstehe nicht, warum wir ihn nicht hinterherhetzen und ihn suchen. Deswegen... Also, normalerweise würde ich sagen, Gadein hat mich gerettet, damit wir Italia aufhalten können. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Was ja nicht ganz falsch ist. Ich konnte nichts tun. Ja, stimmt schon. Weil der ist ja in letzter Sekunde vor mich gesprungen. Ich hätte... Also, ich persönlich hätte wahrscheinlich irgendwie versucht, ihn wegzuziehen oder so. Und wäre da mit reingezogen worden. Ähm, schweigen ist nicht so toll. Es tut mir leid, Lehrer Miel. Ich konnte nichts tun. Ja, was denn? Du wolltest doch eh nichts von ihm, sagst du immer wieder, ne? Hättest du mal deine Chance ergriffen und zu dem Zeitpunkt, was mit ihm angefangen, wo er da gewesen ist. Manchmal ist es dann halt zu spät. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass wir ihn retten können. Hoffe ich zumindest. Ich habe ein Fragment des urtürmlichen Splittertitanens geborgen. Hm, definitiv Teil eines uralten Spiegelmortitanen. Es sollte gute Dienste als Fokuspunkt des Rituals leisten, das Lehrer Miel und ich entwickelten. Sobald sie sich gesammelt hat, leitet Lehrer Miel euch durch den Vorgang. Lehrer Miel trauert. Könnt ihr mir sagen, was zu tun ist gut? Nein, das ist etwas, was ihr und Lehrer Miel zusammentun müsst. Ihr seid die Schicksalserwählte und sie ist eine Magiewirkerin, die Fäden des Schicksals sehen kann. Ich bin nur ein Wachling mit Größenwahn und schlechter Laune. Das stimmt. Lehrer Miel wird euch helfen. Das muss sie. Wenn ihr das sagt, Scrut. Scrut hat recht. Das obliegt euch und mir, Entsandte. Platziert das Fragment in der Mitte des Ritualkreises. Hervorragend. Jetzt platziert Tilga, die Lampe der Klarheit und den Strang der Geheimnisse um das Fragment. Jetzt vereint eure Macht mit meiner und wir richten die Fäden des Schicksals auf das Ritual aus. Hallo? Ah, jetzt. Es ist vollbracht. Wir haben einen Spiegel der Wahrheit erschaffen. Es hat geklappt? Vielleicht haben wir eine Chance. Kommt, Entsandte. Reden wir. Trotz des Verlusts von Vikar Gadein habt ihr ein von der Essenz von Spiegelmoor erfülltes Fragment geborgen und erfolgreich ein neues Relikt erschaffen. Den Spiegel der Wahrheit. Das Trauern kommt später, sofern wir Italia aufhalten und die Wirklichkeit überlebt. Gadein würde wollen, dass wir diese Sache zu Ende bringen. Ja, das würde er sicher wollen. Ich sehe, wie die Fäden des Schicksals sich zusammenballen. Wir nähern uns dem Ende dieses Pfads und dem, was auch immer uns erwartet. Ihr habt euch gut geschlagen, Schicksalserwählte. Nehmt diese Belohnung und sammelt euch. Ich werde es ebenso halten. Ja, ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, weil ich war ja auch schon in so einem Riss drin. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass wir ihn noch retten können. Aber keiner versucht es überhaupt. Ja. Ähm, wir haben einen Arkanenring vom Set Symmetrie der Auen erhalten und einen Fertigkeitspunkt. Italia ist zu jener Bedrohung geworden, die Hameos Mora vorhersah und eilte nach Apokrypha, um sich diese Ebene anzueignen. Mit jedem verstreichenden Augenblick zerfällt die Wirklichkeit ein wenig mehr. Die Zeit wird knapp, Entsandte. Ja, die Zeit wird knapp und dennoch würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil das fühlt sich irgendwie alles so nach dem letzten großen Schlag an und meistens ist es bei Teso ja so, dass das Ganze dann nochmal richtig reinknallt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.